Herzlich Willkommen bei Minecraft 1.5.2 Feed the Beast, ja Feed the Beast natürlich Heute nur mit Iron, mit Iron natürlich Die Taschinudel, die ist weg Die hat kein Internet bis zum 1.6. Ne, bis zum 1.6. Sechster Erste Und... Das war richtig böse Nein, aber ähm Wir hatten jetzt so ein paar Probleme Wir wollten eigentlich schon eine Stunde früher aufnehmen Hatten schon aufgenommen, dann ist das scheiß Ding abgekackt Dann wollten meine Blöcke nicht in die Kästen rein Also in die Kisten reingepackt werden Und jetzt wurden wir gerade von Creeper überfallen Blablabla Und das nicht gesehen Jetzt haben wir hier ein fetzes Loch drin Und wir hatten Weihnachten oder haben derzeit noch Weihnachten Aber trotzdem kann ich euch fragen Was habt ihr denn so schönes bekommen zu Weihnachten? Können das mir ja in die Kommentare schreiben Und äh Mein Weihnachten war so jetzt nicht Also was heißt Mein Weihnachten war eigentlich schon ziemlich cool Ja Also seit drei Jahren war ich mal wieder Weihnachten feiern Bei Freunden halt Und das war halt ziemlich lustig 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 Und ähm Dann sind wir halt noch in die Diskothek rein und so Und ja Also ich bin jetzt immer noch verkatert Deswegen bisschen Mischen Mischen Durcheinander noch Durch Und ähm Ja Also wir hatten jetzt ein Grad Problem mit dem Server gehabt Und wollten eigentlich schon aufnehmen Aber Fickt dich in Minecraft Fickt euch alle Fickt alles Genau Fickt alles was nicht nid und nagelfest ist Bei Minecraft Und Ähm Wir wollten jetzt da auch noch ähm Dings machen ne Bischen Stein Habt ihr das alles in Minen gefunden Oder habt ihr das mit aus der Testwelt mit reingebracht Die ganzen Utendilien Die ganze Kaffee hier Das ist alles hier außer ähm Minenerkundung Okay Da ist nichts aus der Testwelt Ich brauche jetzt Wo ist ein Eisen hier Ich brauche Eisenbahn Ähm Vorletzte Kunde Kunde ja Vorletzter Kunde alter Immer weg hier Ich brauche Ja Ich tue den Volle jetzt erst mal hier rein Und Hast du nicht gesehen Schaufelstöcke Das habe ich Das habe ich Spinnenseite Knochen Ich habe zwei Scheren drin Ich habe Müll hier drin Den brauche ich gar nicht Brot Äh Smaragde Scheiß drauf Ich tue das ja erstmal hier alles rein Die Fackeln nehmen wir mit Äh Schaufel Schaufel Ich habe keine Schaufel Ich muss mit gleich eine machen Ja Schaufel Äh du Ja Schaufel Was brauchen wir noch? Spitzhacken Spitzhacken Das einziges was hier unten fehlt Ist echt noch ein Crafting Table Äh Jedenfalls Doch hier oben ist noch einer der Pinke Wo denn? Ach da Was heißt es hier? Hängt an der Decke Immer noch Ey ne Ich bin so dumm alter Weißt du so Ich brauche Stöcke und was mache ich? Ich packe sie weg Äh Ich mache hier noch eine von Dann mache ich mir erstmal noch ein Schwert von Ja Zäune brauchen wir glaube ich gerade nicht Ne Zäune brauchen wir nicht So Hier die Scheren alter Ich brauche keine Scheren Was brauche ich denn? Eine Schaufel brauche ich noch So eine Schaufel Was brauche ich noch? Schaufel Eine Axt Eine Spitzhack Habe ich Eine Axt siehst du So Alter das Vieh geht mir wirklich auf den Keks alter Ja so ein bisschen Das klingt total pervers alter Das ist nicht mal jugendfrei alter Das mache ich mit meiner Freundin oder so Aber nicht so ey Boah das ist einfach nur Ey plapper alter Ey plapper du kriegst jetzt so aufs Maul Junge Komm schon komm schon komm schon Komm schon ich mach dich staunen alter Komm schon plapper alter Geht doch Brauchst du die Slimeys Essbarer Schleim ey Extrem Junge So Fressen hast du dabei ja So Jetzt mal das Skelett umbringen Was hier unten gespawnt ist Warum auch immer Ey wir müssen noch den Keller fertig machen alter Ja so ein bisschen Lava fehlt da halt noch Hast du Essen in der Tasche Ich hab genau 3 Brote und eine Karotte Ich hab noch 5 3 Brote und eine Karotte Ich hab noch 25 Brot drin Obwohl warte mal Ich back mal ganz kurz Ich hoffe dass das geht Geht das? Es geht alter Es geht Ja ich back mal ganz kurz Brot Weil du kannst nämlich Mehl Du kannst Mehl machen Und das haust du in den Ofen Und dann kriegst du genauso viel mehr raus Wie Brot Also du verbrauchst noch weniger Weizen Ja Ja Als sonst Aber wir haben nichts mehr im Ofen Hier unten Also müssen wir hoch Ich glaub hier oben ist noch was im Ofen Ja Schill dein Leben Schill 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 Alter geh weg Knopf schon weg Knopf schon weg Und dann habe ich noch ein paar leute von anderen zimmern gefragt Ich habe ja auch das ist so weihnachtsdinge sowas also statt flocken gibt es schwein mit Huhn Ja Schwein mit Huhn Das schwein Das schweine Huhn oder Huhn mit Schwarz Du hast ein Schwert weggeschmissen Ne Okay Komm schon Brot Werd fertig ey Ich brauche auch noch Brot Ja Da hast du doch neuen Brot man Deswegen habe ich doch Brot jetzt rein Genauso Wer hat das Weizenfeld abgemäht aber ist nicht neu gemacht In der letzten In der Folge die heute rausgekommen ist Du Achso Stimmt stimmt Wir wollen es ja neu versetzen Aber wo ist dann das ganze Brot Achso das habe ich ja gemacht Gott sei Dank für er selber Boah alter ey Ja los Komm So ab in De Westen Ab in de Weste Yo Moment wollten wir eigentlich Betten mitnehmen Achso Ja Wir wollten noch Betten craften Das können wir schnell machen Weil die lassen wir stehen Du hast ne Schere ne Ja Ich klopp mal eben bisschen den Baum um hier Ja statt runter in den Keller zu gehen ja Das ist kein Holz mehr ich habe eben keins gesehen Also ich habe Holz rein getan Okay Komm schon Gehst du zu Nee ihr kriegt nichts zu futtern Ihr kriegt ne Blume hier Fresst das oder so Komm her was brauchen wir denn Da Oh 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 Schlagen wollte ich dich nicht Ich wollte dich scheren Ja Ja Oh Sechs Stück Klar sehe ich dich Aber ich guck doch nicht immer auf die Minimap Obwohl die können dich mal auf die linke Seite packen Da gucke ich eher hin auf die Rechte So also ganz kurz mal Option da Radar Radar Feinde zeigen bla 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 Größe normal original Lage oben rechts Lage unten links Oben links Gut So jetzt schon besser So Wo bist du? Da hast du Holz Da ist Holz Da ist Holz Junge Aber doch nicht so viel Holz Das ist nur die Hälfte gewesen So Ja dann können wir auch gleich schon wieder ins Bett gehen Warum? Die Sonne geht da hinten gerade unter Alter Fick deine Mami Also jetzt nicht wirklich nehmen und so Ich bin nur stolz auf meine Mami Meine Mami hat mir mal erzählt Geht lieber ins Bett Alter Ey wir können uns genauso Fackel mitnehmen und uns einfach durchschlagen Geh du Mongo Da ist ein Bett Ich höre doch schon wieder eine Spinne hier Ja ja das ist Mongo Scheiße So Wie schön die Schweine hier runter gesegelt kommen ne Alter aber das krasse ist du kannst sie nicht töten alter Ne Das geht nicht So lass uns Bubu machen schnell Bubu machen Bubu machen Bubu machen Schätzelein Wollen wir Bubu machen So und jetzt direkt ab in den Westen Ey ab Was ich bin Ossi alter Ich geh doch nicht noch mal in den Westen obwohl ich schon im Westen wohne ja Ja Wenn du weit genug in den Westen gehst kommst du im Osten wieder an Ja Bei den Koreanern ja Zum Beispiel Also das texture pack von sex auf 1.6.4 für minecraft fit the beast ne Das haben es um einiges verbessert muss ich echt ehrlich sagen Ja dann läuft auch das ganze Spiel schneller Ja So Chunk Fehler Chunk Chunk Schafe Schnee Höhlen Also ich weiß dass die unter Höhlen sind also nicht so weit Also die sind halt eigentlich Etwas heller ne Uh was ist denn das Bleib mal stehen ganz kurz Ich will wissen was das ist Ich will wissen was Achso was ist denn das Aluminium Kies Mitnehmen Stell dir mal vor wir müssen gar nicht so weit laufen Irgendwo blubbert auch wieder Lava Also ihr hört nichts blubbern Äh cool Höhle Wo Höhle? Na hier Mit Apatit Brauchen wir nicht Wollen wir mal reingucken Au Uh Eisen Uh Immer her damit Ja er holt sich natürlich wieder die XP alter Warum sollte man Apatit sonst abbauen? Ja Appetit kannst du beispielsweise für Lampen nehmen glaube ich oder so Oder für Farben genau für Farben auch glaube ich Weiß ich jetzt gar nicht so direkt aber Kommst jetzt noch mal mit hier Schon wieder oben? Ja ich bin schon wieder oben Oh Alter sieht das geil aus Awesome Was denn? Ja guck mal her Da wo ich bin Da sieht man richtig geil aus Hätten wir unseres hause eigentlich auch hier hin bauen können So hier bin ich wieder Ja das Mongo scheiß verfickte Programm von Launcher von Feed the Beast ist mal wieder so richtig fett abgeschmiert ja Und ich stehe mal hier und ich wollte grad sagen Iron alter guck dir mal dann Äh Das scheiß Ding an Das sieht richtig geil aus oder? Ja Auf jeden Fall also Komm wir gehen jetzt Schlittschuh fahren Ich hab voll Bock drauf Wuuu Yey Komm Schaf geh baden alter Das hat sogar geklappt ey Du auch Ja ich kann nicht drüber springen Da ist ne Höhle oder so Ey der brüchige Stein der kann doch nicht so weit weg sein ey Uh Kohle, 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 oh Kohle Baue ich ab Der war bei uns in nem Waldgebiet Baue ich ab Hätte ich gesagt lass uns in die Testwelt gehen holen Lass uns da welchen holen Gibt's da noch 100 Kohle? Nee Oh es wird schon wieder dunkel Lass uns irgendwie mal schnell irgendwas mal ähm Graben oder so So, wo bist du denn? Ich seh dich nicht auf der Map Wo bist du denn? Du musst ein bisschen weiter Richtung Westen laufen Boah Junge Genau Kommen wir doch wieder zu dir? Wir bleiben zusammen ja Ich seh dich auf der Minimap noch Ich hab sie groß gestellt Äh Da bist du Ich bin unten Junge Ist da ein Chunkfehler sag mal? Ich hab ne riesen Doch alter bei mir Oh nein da lauf ich nicht lang alter Ich hab ne riesengroße Spalte Pervers Lass uns hoch Schnell Es wird dunkel und die Zombies kommen Da bau dein Wetter hin Ja lass uns hier unten reingraben oder so Warte mal wo ist denn hier ne Fackeln? Ey ich hatte Fackeln Da sind Fackeln Oder er hat Fackeln So Komm runter Komm runter Jetzt mache wieder zu Äh Ja Höhle gefunden Komm schon Lass mal pennen gehen Der Pool Der Pool hier ist auch nicht schlecht Der Indoor Pool Das ist geil Oder? Mh Ja sofort Warte Was? Pool ja Geil Mh So Kommst du? Ich lass mich einfach zu sehr ablenken Alter hast du mich wieder zu gebuddelt? Ne Nein Hier nimmst du mal dein Bett vielleicht mit? Oh äh Mh Äh Ne ne ist schon ok Ich nehm es schon mit Ich bin schon ein Packesel alter Kleiner Drecksmongo Das sieht auch interessant aus hier Ey das ist so interessant dass es so viele Schweine Ich kann hier nicht durchlaufen Weil komm mal her wenn ich nämlich durchlaufe habe ich einen Chunkfehler Das ist eine Linie komplett durch In welche Richtung denn? Nein In alle Richtungen Das ist Ne alter ich kann bis zum Grund runter gucken und es fällt wirklich alles durch Das ist doof Und ich habe nur 12 Nein das ist echt scheiße sowas ey Kannst du Richtung Westen laufen? Hallo das ist ein Chunkfehler der geht komplett einmal durch Ja aber ich Ja aber ich Och nein Au Warte ich Ich improvisiere Ich improvisiere Wieso bist du denn jetzt raus? Es hat auf einmal nur noch gesagt Perfekte Aufnahme Perfekte Aufnahme heute Hast du schon 15 Minuten voll? Ich glaube schon, ja, aber mit einem Cut zwischen, weil verfickte Kacke ja abgestürzen musste Darf ich mich hier auch noch Nein, ich kann nichts mehr anbauen, Alter Was ist das denn? Oh Mann Ey, ich komme da nicht rüber Scheiße Alter, nein, 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 nein Alter, boah, das ist echt Kacke Warte mal, ich versuche einfach mal und hoffe Mit etwas Glück Nein, nein, nein Gut Ey, der Chunkfehler hört nicht auf, Alter Ne, der hört auch nicht auf Ey, ne, oder? Kann man die Chunks irgendwie noch laden oder so? Wären, äh, doch, doch, kann man wollen Nee, gebliebte Grafikeinstellungen Details Performance Ey, der bleibt wirklich, Alter Ey, ich komme da nicht rüber, Alter Komm mal, komm mal ganz kurz zu mir Wenn du wieder im Spiel bist, ne? Und dann Hier hilft eigentlich nur, ähm, einmal neu verbinden Ich werde dann pro... Ist normalerweise der Chunk wieder geladen Oh, gucken wir mal Ey, das nervt mich so ab Kein Spalt Ich werde dich, will ich denn